Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich habe mich mal wieder gefragt, was ich für ein Video machen könnte und dann kam ich auf die Idee, Priestley zu lernen. Allerdings könnte das ziemlich schwer werden, weil ich kann gerade mal normal fastwitchen und kann eigentlich keine Klick-Taktik. Aber ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Doch dafür könnt ihr uns unterstützen, indem ihr natürlich nur, wenn euch der Kanal gefällt, ein Abo und ein Kommentar für den Algorithmus da lasst. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Zuerst habe ich mir ein Video angeschaut, um ungefähr zu sehen, wie das geht. Und dann habe ich erstmal geübt. Aber nach kurzer Zeit konnte ich tatsächlich schon ein paar Blöcke Büslien. Nach einer weiteren halben Stunde kam ich dann schon relativ weit. Also so weit komme ich jetzt nicht, aber es reicht mir auf jeden Fall und man kann ja immer wieder neu ansetzen. Aber jetzt ein kleines Fazit. Priestley ist zwar nicht so schwer, wie ich gedacht habe, aber brauchen tut man das nicht wirklich. Also finde ich zumindest. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du jetzt gerne ein Abo und ein Kommentar da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.